Das funktioniert folgendermaßen. Sie kennen doch diese Abreißkalender, ne? Ja. Normalerweise würde ja jetzt hier der 27. September kommen. Bei unserem Kalender ist das anders, der geht komplett durcheinander. Ja. Die Blätter sind irgendwie durcheinander gekommen. Sie sagen mir jetzt, Entschuldigung, wann Sie Geburtstag haben, sprich das Datum und den Monat, dann reiße ich den ersten Zettel ab. Wenn da drunter genau Ihr Datum auftaucht, Ihr Geburtsdatum, kriegen Sie 13.700 Euro. Sie haben jetzt schon 1.300 Euro gewonnen, Elfriede. Das war wahnsinnig. Und, wissen Sie was? Sie können jetzt noch 13.700 Euro obendrauf gewinnen. Wollen Sie nicht haben? Oh, das wäre schön. Elfriede, kennen Sie unseren Geburtstags-Jackpot? Nein. Funktioniert folgendermaßen. Sie kennen doch diese Abreißkalender, ne? Ja. Normalerweise würde ja jetzt hier der 27. September kommen. Mhm. Bei unserem Kalender ist das anders, der geht komplett durcheinander. Ja. Die Blätter sind irgendwie durcheinander gekommen. Sie sagen mir jetzt, Entschuldigung, wann Sie Geburtstag haben, sprich das Datum und den Monat, dann reiße ich den ersten Zettel ab. Wenn da drunter genau Ihr Datum auftaucht, Ihr Geburtsdatum, kriegen Sie 13.700 Euro. Ich bin schon so arm. 1.300 Euro haben Sie schon gewonnen. Die gehören jetzt schon Ihnen. Die kann Ihnen keiner mehr wegnehmen. Also, wann haben Sie Geburtstag? 14.33. Also 4. April. Ja. Leider nicht. Es ist der 31. Juni. Aber 1.300 Euro haben Sie auf jeden Fall gewonnen. Die gehören Ihnen. Oh Gott. Bleiben Sie am Telefon. Ja. Ich stelle Sie jetzt rüber in die Quizzentrale. Ja. 1.300 Euro und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß damit. Hawaii. Ja? Oh ja. Wann bleiben? Nicht auflegen jetzt. Nein. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich glaube die... Wichtig noch an dieser Stelle, 9Live, wissen Sie, steht für Fairness und Transparenz. Wichtig noch an dieser Stelle, 9Live, wissen Sie, steht für Fairness und Transparenz.